Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mittelerde des Schattenskrieges. Wir machen weiter mit dem Grubenkämpf, bis wir alles, was da drin ist, ausgehöhlt haben. Und jetzt ist unser Bader an der Reihe, um zu zeigen, was er kann. Du bist nicht mehr lange am Leben. Der Sängerslied wird niemals enden. Er hat keinen Krollgegen, deswegen macht er ihn. Er lässt sich schon wieder... Er hat Ollark heilen, der Armee, alles klar, komm, töt ihn voll. Der Ollark heilen, der Ollark heilen kann, was man machen kann. Er hat die Ollark heilen kann, was mir jetzt auch los ist. Er macht gut Schaden, er ist gut, oder? Meines Wissens hat sich das Spielsher von dem Ollark heilen abgelenken lassen. Er hat einen gekillt, einer ist tot. Der Orm steht da... oh nein. In den Rücken. Na ja, er ist tot. Damit war's das für ihn. Was ist die Atem, da? So, greif an! Komm! Nein, er ist tot! Ja, Bader! Kämpf, Bader! Au! Ach! Der Sänger, der kann das aushalten. Los! Ich glaube an ihn! Dann war's Peino gestrottet, diesen Pisi. Er lässt sich ja die ganze Heffene Rauchbombe enttäuben. Das ist ein Nachteil. Komm, jetzt schlag ihn! Jetzt! Treff ihn doch! Jetzt! Jetzt hat er den Schlag getroffen. Jetzt hat er wieder hochgehoben. Das macht ihn da Wrestling-Moves hier. Der Bader muss treffen. Ja, jetzt hier in den Rücken. So, ein Schlag. Wie kein Zweiter. Da endet's. Was tut das? Oh! Oh! Der Bader, der ist ja richtig krass drauf. So, jetzt ist es auch ein Spion. Wir haben Level gewonnen. Das ist ein Informant-Sport. Ein Informant-Sport. So, jetzt ist es auch schon kurz. Ich muss wissen, was das für ein Holtkling ist. 40. Ich muss ihn töten. Deutsch braucht woanders, Leute. Irgendwo anders. Hier hinten kann ich mähen. Clown. Warte, mal erst mal hier. Das hat der Neue. Ich nehme auf Dach. Ja, auf. Ja, alle. Box. Ich muss mit da hinten geraden Typen gehen. Okay? Damit das jetzt wichtig ist. Uns braucht Leute. Jetzt kann ich keine Armee führen. kann man dann nicht mehr aushöhlen. Zuerst kann ich nur eins. So, der ist Level 30. Den brauch ich. Und das schon ein bisschen nur kläden Kämpfer antreten. Hallo. So. Da ist er. Wow. Ich lande natürlich genau davor. Werden so schön klingen. Zumindest für mich. Für dich wohl eher nicht. Ach, das ist gut. Meine Armee ist auch schon nicht. Ja, Gift. Wer da weg kann, der kann es wirklich besser machen. Das ist auch nicht schon wieder. Ich muss schon wieder sehen. Ich bin schon wieder so was wie ein nervisches Anfälle, wenn ich irgendein Seeder da mit einem scheiß Sperr nur Bogen rumhantieren. Das geht mir so auf den Sack, wenn das Leute machen. Vor allem die hier in dem Spiel mittlerweile. Damals war das nie so schlimm. Ich irgendein Bogen für den Sperr leid, das ist nur ein Hasshahn. So. Perfekt. Dann haust du kurz ab. So, ein Hasshahn. So. Da haben wir jetzt einen unserer Armee. Können wir vielleicht noch irgendwo ihn abgreifen oder näher? Hier drüben können wir noch ihn abgreifen. Greifen wir noch ein paar Leute ab, schnell. Vor allem bei einer Hinrichtung. Er erinnert sich schon gedamaged. Könnt ihr ein Klick packen. Ui. So, die ist da oben. Hi, Jungs. Hi. Das ist schon alles fliegt. Ich muss da durch. Ich muss was erledigen. Zack. Irgendwer von irgendwem hingerichtet. Ich werde den hingerichteten nach oben machen. Hättest du Rückgrat, du Seigling? Hört der schon schwarzen Tor. Würde ich mich befreien und es dir rausreißen? Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich dich in den Eingeweiden deiner Jungs ertränken. Der Einer ist schon grün. Den hole ich mal einfach. Das hört sich nicht gut, reicht der? So. Einfach durch unterworfen. Rekrutieren. Dann verpiesel dich erst mal. Ich kümmere mich hier um deine Mates. So. Minas Mobile, was ist denn? Bitte, bitte, Mist. So. Nein, nicht kampflich. Rauschen. So. Was ist das denn jetzt? Ich kann es kaum erwarten, dass sie dich reinzustecken. Ich bin neugierig. Wie gut die Flammen in dir weiter brennen. Ich freu mich auf das Ergebnis. Komm. Einmal reinsetzen. So. Ein bisschen hier reinjagen. Das ging in die Ressene. Das ist ja jetzt schon. Was ist das? ... Ich töte deine Feinde! So. Zwei neue. Soll ich jetzt? Jetzt müssen wir nur nach... Hier rüber gehen. Und killen. Ersetzen und angreifen. Ich weiß, ich hab einen für den Angriff da. Das könnte... Nein. Umständen. Reichen. Ah Jungs. Da ist hier der Bus. Ich hab ja keinen Zeitdruck. Wie zum Beispiel bei den Anleihen gefechten. Ich könnte ja eigentlich bei den Bus. Brauche ich doch keine Unterstützung. Ich mach mir einfach meine Unterstützung. Ich kann mich einfach mal noch sehen. Das passiert. So. Machen wir den fertig. Dieser Grauk dürfte die Aufmerksamkeit des Oberherrn erregen. Und damit die des Häuptlings. Was ist das? Ähm. Was ist das denn? Ich zeige mal. Ist das denn? Ganz ehrlich. Warte mal. Irgendwie ging der auf dem Essen. Komm her. Guck mal einfach die Mauer ein. Guck mal einfach die Mauer ein. Das sieht cool aus. Ich weiß nicht. Oh. Was ist das denn? Ich dachte, sie können doch das Stück dazu lassen. Das geht. Oh. Ah ja. Jetzt reifst du mehr. Da muss ich halt so fein gucken. Ich kann aus dem Schrein kommen, aber es nicht. Ich kann aus dem Schrein gehen. Ja. Das ist so hart. Das ist so schwer. Das ist so schwer. Ich kann das Zelt auf. Ich versuche jetzt um hier reinzukommen. Um zu schnell durch zu werden. Für viele Leben hat er ja nicht mehr passiert. Oh, lolololololol. Lau. Das war nicht der Plan. Das war nicht der Plan. Was soll ich werfen? Mal. Die Tür des Werbungs. Okay, dann weiter ja. Dann werde ich am besten versuchen, auch zu killen, ob ich dieser Feuer nicht passiv fliege. So. Kann er denn schwerfen, Mann. Kann er denn schwerfen, Mann. Oh, fuck. Warum hat er ja noch nichts getroffen? Oh, fuck. Warum hat er ja noch nichts getroffen? Oh, fuck. Oh, scheiße. Ich bin jetzt schon seit 2 Minuten nach hinten gedrückt. Aber guck immer noch da rein. So ein Tischchen geht mir diese Grundsteuerung. Wie geht das jetzt? Weil für mich ist das jetzt gespielt die Grundsteuerung von dem Game. Was, weil wir es dann angeht. Es ist einfach immer noch nicht dasselbe. Es kann einfach so an passieren. Ich brauche nicht so zum Beispiel das. Ich wollte das Bauch nicht. Was ist da draus? Es ist einfach hier hoch. Also rein. So und jetzt soll er weiter auf der selben Stelle nach oben warten. Ich kann ihn so annerven. Was ist jetzt? Immer noch dasselbe. Diesmal renne ich einfach rein. Dieser Grauk dürfte die Aufmerksamkeit des Oberherrn erregen. Und damit die des Häuptlings. Weil ich so ein Fackfuck oder was? Was soll es genau sein? Das war mal, dass es nicht geklappt. Das erste Mal, ne? Ein richtiger Wecker. So und jetzt. Gehen wir mal rein. Wenn ich von den Backdors. Okay. Full Potions Gun. So. Weiter hier. So. So. Weiter hier. Weiter. 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 Hier ist ne schöne. Okay. Das ist ja nett. Sind wir durch uns. Hier rüber. Hier rein. Da rein. Nein. Nicht da hoch. Warte. Das ist doch so eng. Jetzt. Hier. Werf. Da ist er. Und werf. Da ist er. Drei. Ich darf dich damit weg. Ich kann aber sehen. Was das wirklich schön ist. Du kannst uns hier oben klettern. Aber er ist nicht da oben. Der 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 ist nicht da oben. Das ist meine große Läden, ja. Das tut! Ja, der ist gekillt. Ja, der ist echt gekillt. Er hat Giftpumpen, nein. Eigentlich perfekt. Wenn ich dann den Gift anmache, dann macht er letztens seine eigene Leute. Warte, ich muss halt den anklicken. So. Warte mal, da drüben ist das interessant. Hutz! So. So. Der hat keine Chance, ja. Das machen wir mal noch besser. Das machen wir mal. Das machen wir mal. Das sollte unbedingt den auch größer sein. Alter, du bist vergisst. So. Also jetzt. Ende. So. Ende. Damit endet es mit denen. Er wehrt sich wieder. Es trotzt einfach jeder dem Tod. Was sind das denn für... ...Leute, vor allem von Lieben, ja auch wer dazu kriegt. Ist ja schon nicht mehr mal lustig. Dau, ne? Wo du an den Tisch schießen kannst, du gehst sofort vergessen. Fuck, hab ich nicht aufgepasst. Zero... Ich habe das dann schon nicht mehr Klage. Ich glaube, das ist zu viel Schlaf. Ich weiß, die Leiden untersch. Zied wehrt sich Modiflust. Schau ich nicht mehr. Bin ich auch. So, er hat seine eigenen Leute vergriftet. Ich vergesse, dass er nicht passieren konnte. Ey! Ach, ich werd das so ausgeheigen. Ihr seid so gut die Tod, ne? Ich hab überhaupt kein Recht, jetzt anzugreifen. So, jetzt aber Ende. Den hat's erledigt. Der letzte Häuptling ist besiegt. Er bricht zusammen. Das ist ein wundervolles, was auch immer mit uns. Sein Manni. Und so, wo wir eigentlich alles besiegt, was in dieser Festung ist. So. Jetzt hau ich ab. Jetzt setz ich noch den Letzten. Durch einen unserer. Ähm, Armee. Wir haben ja jetzt noch ein paar... So, Horcric hat was zu tun. Und Leute. Wir nehmen... Wo kommt der denn her? Achso, der Geschmolzener. Und soll ich den nehmen? Ich lass mir hier gucken. Was hat denn der verschwischen gehabt? Bist du guter? Durch Fernkampf. Irgendwelche Immunsachen? No. Das heißt, ich nehm den Miet und lass den jetzt hier... Das machen. Und ich lass ich... Mein Leibwächter werden. So, dann hab ich in Angriff zwei Leute. Die beiden. Und die sind ja alle wundervoll. Kann ich eigentlich theoretisch? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Bleib dein Möbeling. So, dann hier hoch. Lass mich in Ruhe. Ich bin unverletzt. Mir geht's nicht so gut. Na gut, wir müssen nur hoffen, dass wir gewinnen. Da. Das ist natürlich noch einer. Da hat ich auf jeden Fall braun. Aber wenn ich schon, dann ist halt der D&D, der gewinnt da. So, okay. Ich würd' ich sagen, endet auf jeden Fall erst mal hier die Folge. Vor allem will ich ja die Schattensbriege für den nächsten Garten dann die Festung einnehmen, würde ich sagen. Weil lange wird's nicht mehr dauern. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Und tschüss.